Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Bundesliga-Begegnung GWD Minden gegen den 1. VfL Potsdam. Wir hatten einen Halbzeitstand von 12 zu 12 und einen Endstand von 24 zu 36. Insgesamt gesehen haben das Spiel 1549 Zuschauer hier in der Kreissporthalle Lübeck. Ich darf recht herzlich zur Pressekonferenz begrüßen, den Trainer unserer Gäste, Bob Hanning, und bitte um dein Statement zum Spiel. Ja, erstmal einen schönen guten Abend. Ja, was soll ich sagen? Zwei völlig verschiedene Halbzeiten. Rote Karte trifft, nachdem Radovic wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, Minden ins Mark. Damit waren sicherlich die eine oder andere taktische Möglichkeit Adli genommen. Wir haben in der zweiten Halbzeit das Tempospiel konsequent durchziehen können. Wir haben die beste Verteidigung, seitdem ich hier bin, gespielt. Wir waren beweglich, wir waren aktiv. Wir haben in der Halbzeit das Ergebnis gehabt aus Bietigheim und haben gesagt, jetzt können wir überlegen, ob wir das als Steilvorlage nehmen. Oder ob wir jetzt alles wieder zusammenrücken lassen wollen. Die Mannschaft hat sich in den Rausch gespielt, hat alles funktioniert, wie das dann so ist an so einem Tag. Beim einen läuft nicht viel zusammen, beim anderen läuft halt alles zusammen. So war es heute. Ich habe mich gefreut, dass Max Benecke wieder zurück ist. Er hat jetzt ein paar weniger gute Spiele gehabt und deswegen war es wichtig, dass er zum Einsatz gekommen ist. Wir haben das Torhüter-Duell, ich habe immer riesen Respekt vor Malte. Wenn wir das Torhüter-Duell gewinnen, dann gewinnen wir das Spiel. Ich denke, von gehaltenen Bällen haben wir das dann auch am Ende des Tages getan. Wir haben im zweiten Halbzeit besser verteidigt. Ich habe mich für Finn Lukas sehr gefreut, für seine sechs Tore. Man ist immer Trainer auf der einen Seite, aber ich freue mich immer, wenn ein junger Mann die Chance vom Trainer kriegt und die dann auch so nutzt. Und ansonsten wünsche ich frohe Weihnachten und freue mich, dass ich eine ruhige zweite Halbzeit hatte. Vielen Dank für dein Statement. Recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz. Darf ich natürlich auch unseren Trainer Adelstein Eilofsson und bitte um dein Statement zum heutigen Spiel. Ja, schönen guten Abend und erst einmal Glückwunsch Bob von Potsdam für am Ende auch einen verdienten Sieg. Ich glaube, Bob hat das eigentlich relativ gut zusammengefasst. Auf unsere Sicht eigentlich ein guter Start, wo wir gut verteidigt haben. Wir hatten ein Torhüter, der gut gehalten hat, hatten Struktur vorne. 12-12 in Halbzeit, Kleinigkeiten, die wir angesprochen haben, die wir verbessern wollten, kriegen dann auch zwei, drei gute Chancen, die wir leider liegen lassen, werden dadurch ausgekontert, landen dann relativ schnell drei Tore hinten, 18-15 oder 17-14. In dieser Phase versuchen wir das Spiel dann zu forzieren. Und so wie es ist in unserer Konstellation, haben wir da versucht, mit Potsdam zu laufen. Das war für uns in der Situation nicht eine gute Situation. Und da haben wir, glaube ich, das Spiel aus der Hand gegeben, wo wir dann bis zum 25, 16 oder 22, 17, 15, da sind wir komplett zusammengebrochen, und haben dann nichts richtig zusammen auf dem Feld gekriegt. Einziger Lichtblick da in der Phase, was Bob gesagt hat, war von Finn Hameling, der da seine Rückraumqualitäten gezeigt hat. Aber eben auch, dass er noch Zeit braucht, ist noch nicht voll da. Das hat man auch gesehen, dass er relativ stark abgebaut hat. Aber es ist eine Waffe aus dem neuen Meter, die müssen wir weiter forzieren, dass wir ihm halt in Position bringen können. Aber nicht viel Positives, die man halt sonst über den zweiten Halbzeit sagen kann. Am Ende mit zwölf Toren zu verlieren hier zu Hause ist natürlich bitter und enttäuschend. Die Jungs sind auch niedergeschlagen. Aber trotz allem hoffe ich, dass wir eine besinnliche Weihnachtstage jetzt verbringen können und neue Energie tanken können auf Hüttenberg, der am Dienstag kommt. Vielen Dank und frohe Weihnachten. Vielen Dank für dein Statement. Gibt es Fragen von den Pressevertretern? Für das Protokoll, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich hiermit die Pressekonferenz. Wünsche Ihnen da draußen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und gute Heimreise. Dann schließe ich hiermit die Pressekonferenz. Vielen Dank. Vielen Dank.